Solange es Menschen gibt, vor allem Schaulustige, wird sich daran nichts ändern, ist so... Taxi-Demo? Taxi-Demo, let's fucking go, Leute! Hallo! Jesse, wie geht's dir? Oh, Main Building, Leute. Wir haben Main Building auf jeden Fall. Check is in Main. Wir over-committen auf die Chases hier. Okay. 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 Ich hab das Serschen. Ist er gedroppt? Ich habe es nicht gehört, Leute. Nein. Ich will ihn unbedingt hier down. Er läuft weg. Wir müssen hier irgendwie zonen, dass er wieder rüber geht, Leute. Das schaffen wir nicht. Sie läuft richtig. Sie ist allerdings ein bisschen zu schnell, Leute. Aber wir kriegen sie ins Basement. Das ist schon mal gut. Das hier wird Basement. So. Wie viele Leute müssen wir ins Basement bringen? Sechs Leute ins Basement, oder? Hättest du doch geschafft. Du hattest die Perks dafür. Nee, nee, nee. Nicht nachdem ich gehittet habe. Und sie nicht getroffen hatte. Glaube ich nicht. Wir machen hier Trades. Ich weiß, es ist kacke, jetzt hier zu campen, aber... Ich kann da nicht rüber gehen. Wir bekommen dann keinen Basement-Hook. Holy fuck, man. Sweet Gaming. Danke für die Witz, Mann. Vielen, 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 vielen Dank. Oh, die Palette war aber schnell getroppt. So, let's go. Und Basement. Okay, Basement. Okay, Basement. Alles klar. Sexy Basement, Leute. Einfach nur, weil wir es können. Er war ein bisschen arrogant, Leute. Ach, sexy. Best. 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 Denkst du, mit Demo bist du der Bumser? Absolut bin ich der Bumser, mit Demo. Best. 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 Busser. 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 Ich will sie nicht hitten, Leute. Ich will sie nicht. Was? Okay. Let's go. Scheiße, wir kriegen die nicht ins Basement. Wir kriegen die alle nicht ins Basement. Ist nicht cool. Schade. Wenn ihr die 4% nehmen und sowas, ist mir alles egal. Das sollen sie gut machen, aber... Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Aber jedes Match bei uns ist 4%. Jedes einzelne Match. Also wenn jemand es versucht, der wird es bekommen. Das ist ein bisschen weird. Saki. Meiner Meinung nach. Schon wieder mit den 4%. Absolut. Wo ist der Kollege? Wo ist der Kollege? Ich bleib' nur hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Flink auch noch, oder? Ich chase sie so lange jetzt runter, Leute, bis sie in der Nähe vom Basement ist. Unbreakable. Sollen wir es riskieren? Mit dem Basement? Oder ist das zu weit weg, Leute? Das ist zu weit weg, glaube ich. Ist doch nicht normal. Saki! Jemand von euch hat gemeint, dass es den Dings gibt. Dass es den 4% Hack gibt. Zu weit. Ja, leider Gottes. Schade. Holy fuck, was ist hier los, Mann? Dead Ossie! Holy schmoly, Leute. Holy schmoly. Dead Ossie, ich danke dir von ganzem Herzen. Wirklich vielen, 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 vielen Dank. Heilige Scheiße. Dead Ossie, danke dir von ganzem Herzen für den Gifted Sub an Jesse und an Darkler. Und an Sweet Gaming, vielen, 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 vielen lieben Dank und Sweet Gaming, danke dir für die Bits, Mann. Oh, nee, danke dir für dein Follow. Herzlich willkommen in der Familie. Unlucky, dass das Basement in der Ecke war. Ja. Das war nicht zu weit, hätte es auf Treppe den Survivor droppen können. Durch den Fall wäre er gestunnt, hätte es ihn da umklatschen können. Uff. Interessantes Match, interessante Lobby. Ich glaube, das war eine SWF, Leute. Wir haben es geschafft! Ah, jawoll, super, Leute. Mega, mega nice.